Heute geht es um Barrierefreiheit im Frontend und hier um den Subbereich der Sehschwächen und Farbfehlsichtigkeiten. Zu Sehschwächen muss ich, denke ich, nicht viel erklären. Viele von euch tragen wahrscheinlich eine Brille oder haben bekannte Freunde, die eine Brille tragen oder einfach schlecht oder weniger gut sehen. Zu Farbfehlsichtigkeiten allerdings gibt es vier bestimmte Einschränkungen. Einmal, dass man kein Rot sieht, dass man kein Grün sieht, dass man kein Blau sieht oder auch, dass man gar keine Farben sieht. Ich bin kein Mediziner, ich maße mir nicht mal an, diese Begriffe vorzulesen, weil ich sie zu 200% falsch ausdrücken würde. Wir interessieren uns in diesem Video für etwas anderes. Und zwar Nummer eins, warum muss ich das eigentlich wissen? Warum interessiert mich als Frontend-Entwickler etwas, das mit Augenkrankheiten zu tun hat und allgemein mit Barrierefreiheit, wenn man da schon ist? Der zweite Punkt ist, wie kann ich das eigentlich testen, weil ich selbst habe das vielleicht gar nicht und muss dahingehend ein Fallback entwickeln. Wie kann ich das bauen? Wie kann ich das überprüfen? Wie kann ich das für mich testen? Und natürlich am Ende, wie kann ich es beheben? Also welche Lösungen kann ich bieten, um Menschen mit solchen Einschränkungen entgegenzukommen, so gut es uns als Techniker halt einfach möglich ist? Diese drei Punkte werden wir uns im Laufe des Videos angucken. Also los geht's! So, dann stellen wir uns mal der Frage, warum euch das Ganze interessieren sollte und warum es auf meinem Channel in Zukunft auch mehr Inhalte zum Thema Barrierefreiheit im Frontend geben wird. Und zwar handelt es sich um das hier, den European Accessibility Act oder die Richtlinie 2019-882. Hier ist auch einmal der komplette Gesetzestext, ihr könnt da auch komplett runter scrollen und euch diese Textwüste angucken. Wenn ihr das möchtet, ich habe es mal in der Videobeschreibung verlinkt. Generell muss man aber beachten, dass dieser Abstand für uns besonders wichtig ist. Nämlich nicht die EU-Richtlinie ist maßgebend, sondern das Umsetzungsgesetz der jeweiligen Länder. Bei uns heißt das Ganze Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Natürlich eine wunderbar rechtlich klingende Namensgebung hier wieder. Aber das ist auch gar nicht so interessant. Ihr könnt euch das komplett durchlesen, wenn ihr möchtet. Da wird halt nochmal alles detailliert erklärt. Ich kann euch nicht sagen, ob diese Gesetze auf euch zutreffen. Das muss ein Rechtsanwalt machen. Dafür gibt es Fachanwälte, die sich damit auseinandersetzen. Die können euch helfen. Ein guter Ansatz ist aber weiter unten auf der Seite zu finden. Nämlich was ist zukünftig barrierefrei zu gestalten. Generell fast alles. Also ihr müsst wirklich eine ganze Menge barrierefrei gestalten. Und lediglich Kleinstunternehmen, also Unternehmen unter 10 Mitarbeiter oder einem Jahresumsatz von 2 Millionen. Die müssen davon nicht berücksichtigt werden. Aber generell selbst ein Startup, was aktuell noch darunter liegt, hat ja das Interesse größer zu werden. Und Barrierefreiheit nachzurüsten ist ein sehr großer Aufwand. Und deswegen sollte man das am besten direkt berücksichtigen. Generell, ob das für euch interessant ist, ob das auf euer Unternehmen, auf euer Projekt zutrifft, ist dahingestellt. Das kann ich euch nicht sagen. Ich würde es überprüfen lassen, weil es trifft auf ziemlich, ziemlich viele Unternehmen zu. Und ihr solltet es auf jeden Fall rechtlich abschicken lassen. Aber das ist der Grund, warum wir dieses Video machen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir Farben denn überhaupt testen können. So, dann beschäftigen wir uns mal mit der zweiten Frage. Und zwar, wie können wir als Entwickler so etwas nachstellen, wenn wir selbst diese Einschränkungen gar nicht haben? Weil einige dieser Farbschwächen oder Sehschwächen sind sehr, sehr selten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Entwickler diese Sehschwäche hat, ist dazu auch noch relativ gering. Das bedeutet, irgendwie müssen wir das simulieren. Hierzu öffne ich jetzt auf YouTube mal einfach unsere Entwicklertools. Und je nach Windows oder Mac sollten jetzt zwei Shortcuts zu sehen sein, mit denen ihr dieses Fenster hier öffnen könnt. Hier können wir jetzt einfach sagen Show und dann Rendering. Das öffne ich jetzt einfach mal und dann sollte hier so ein Tab aufgehen, Rendering. Hier könnt ihr eine ganze Reihe von lustigen Einstellungen emulieren. Wir scrollen ganz nach unten und sehen das hier unten. Ich mache das Ganze mal deutlich größer, dass ihr hier einfach besser was sehen könnt. Wir können nämlich hier jetzt Emulate Vision Deficiencies. Wir können also diese Seheinschränkungen simulieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage Blurred Vision, dann simuliert uns jetzt Chrome, dass wir hier nicht mehr richtig scharf sehen können. Jeder, der eine Brille trägt, wird diese Sicht wahrscheinlich kennen in dem Moment, wenn er seine Brille absetzt. Wir können aber auch mehr machen, zum Beispiel Reduce Contrast. Das ist vor allem im Alter sehr verbreitet, habe ich nachgelesen, aber ob das wirklich so ist. Ich bin kein Mediziner. Generell haben wir jetzt aber auch unsere Sehschwächen von vorhin, nämlich, dass man zum Beispiel kein Rot mehr sieht, dass man kein Grün mehr sieht, dass man kein Blau sieht und dass man auch allgemein keine Farben mehr sieht. Diese Einschränkungen, seht ihr schon, haben einen unfassbaren Einfluss auf die UI einer Webseite. Und ich kann sagen, okay, wie sieht das denn für jemanden aus, der vielleicht nicht mehr gut Kontraste sehen kann? Kann der den Grauton hier oben noch von dem Hintergrund unterscheiden? Ich sehe keinen Unterschied mehr zwischen der Box und dem eigentlichen Background, weil der Kontrast einfach viel zu gering ist. Diese Einschränkungen helfen euch dabei, eure Webseite besser zu machen. Und wie ihr das abfangen könnt, wie man das alles auch mit ein paar kleinen Veränderungen in der UI abfangen kann, das ist das letzte Kapitel dieses Videos. Damit geht es jetzt weiter. Wie immer, bevor wir loslegen, irgendwas zu entwickeln, hier seht ihr meine Standard-Entwicklungsumgebung. Hier ist mein Standard-Setup mit Visual Studio Code und Chrome, wo ich gerade schon die Entwickler-Tools mit dem Rendering-Tab geöffnet habe, damit wir hier unsere Emulation starten können. Generell, unten in der Videobeschreibung erkläre ich das alles. Wenn ihr Fragen habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, sofern ihr Fragen oder Probleme habt oder einfach mal Hallo sagen wollt. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los und gucken uns mal an, wie wir diese Probleme im besten Fall abfangen können. Das erste Thema möchte ich euch eigentlich nur richtig vorstellen, weil es gibt leider nicht viele Möglichkeiten für uns als Entwickler in irgendeiner Form auf Blurred Vision einzugehen. Das Problem ist hier schlicht und ergreifend, dass wir nicht irgendeine Art von Fallback besitzen, um ein UI so anzupassen, dass jemand, der einfach schlecht oder unscharf sieht, danach den Inhalt wieder scharf sieht. Was wir tun können und was hier auch empfohlen wird, ist, dass ihr darauf achtet, dass wenn jemand eure UI skaliert, also einfach mit STRG plus oder minus ranzoomt, dass er zumindest bis 200% gehen kann, ohne dass eure Software in irgendeiner Weise eingeschränkt wird. Das bedeutet einfach, man kann den Inhalt eurer UI skalieren, ohne dass es zu Problemen führt und wie man sieht, kann man jetzt etwas besser den Text lesen, als wenn er so klein ist und weiter hinten ist. Achtet also darauf, dass eure UI skalieren kann mit bis zu 200%. Das sollte das Ziel sein, dass jemand, der auf 200% geht, immer noch alles wunderbar benutzen kann. So, dann kümmern wir uns mal um das Kontrastproblem. Generell, wenn ich als Nutzer mit einer geringen Kontrastwahrnehmung eine Seite besuche, habe ich eventuell Probleme, diesen Text zu lesen. Aktuell habe ich das nicht eingestellt. Ich sehe hier, ich habe eine Schriftfarbe vergeben und ich sehe hier einen Text. Der ist jetzt nicht besonders gut lesbar, aber ich persönlich habe keine Probleme, diesen Text zu lesen. Wenn ich jetzt allerdings unseren Emulator auswähle und hier sage, ich habe einen reduzierten Kontrast, ist dieser Text einfach weg. Ich sehe ihn nicht mehr und das ist ein Problem, weil jeder Kunde, jeder Nutzer, der eure Seite besucht, diesen Text jetzt gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn da eine wichtige Information steht, ein helfender Hinweistext oder so etwas, würde dieser Nutzer diesen Text nicht sehen können. Das ist für uns aber kein Problem, weil statt diesem einen Farbcode hier kann ich Media Queries verwenden. Media Queries beziehen sich auf die Einstellungen des Browsers, die der Nutzer bei sich trifft. Und der Browser übernimmt das meistens von den Systemeinstellungen. Also wenn ich als Nutzer Probleme mit Kontrast habe, dann werde ich mein System sowieso darauf konfiguriert haben, einen höheren Kontrast anzuzeigen. Und das können wir mit diesem Media Query, nämlich Prefers, Contrast, More, abfangen und dann nutzen. Dementsprechend verschiedene Farben definieren. In unserem Rendering-Part hier unten haben wir nämlich auch einen Emulator, das zu simulieren. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich mehr Kontrast möchte. Ich kann hier einmal aktualisieren. Und in dem Moment sehe ich hier meinen Text wieder, weil wir jetzt diesen Farbcode, also absolutes Schwarz auf absolutem Weiß sehen. Und das ist der höchste Kontrast, den wir kriegen können. Gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel weniger Kontrast haben möchte, kann ich hier auch Less auswählen und sehe jetzt einen etwas schwächeren Kontrast oder gar keine Emulation. Dann sehen wir den natürlichen Kontrast, den ich hier oben vergeben habe. Prinzipiell also haben wir die Möglichkeit, verschiedene Templates abzufangen und wir können das Ganze auch kombinieren. Also ihr könnt hier beispielsweise auch über End und dann zum Beispiel Media Query, wo wir das Theme-Abfang auch für Dark- und Light-Mode unterschiedliche Kontrast-Ratios definieren. Also nicht nur für allgemein Kontrast-Ratio, sondern auch in Abhängigkeit eures gewählten Themes. Generell also nicht wirklich schwer und keine wirkliche Mehrarbeit. Dieses Problem für eure UI komplett aus der Welt zu schaffen. Das nächste, was wir uns angucken wollen, ist ein Problem, wenn ein Nutzer Farben falsch oder verkehrt oder auch gar nicht wahrnehmen kann. Weil all diese Probleme könnt ihr mit einem wirklichen Gedankengang erledigen. Ich habe hier ein Formular mit einem Input-Feld, einem Label und natürlich einem Required Validation. Und ich setze in unserem Style-Bereich, wenn es invalid ist, die Schriftfarbe wie auch die Border auf Rot und bei Valid auf Grün. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt Max reinschreibe, sehen wir, das ganze Feld wird grün und korrekt validiert. Grundsätzlich habe ich jetzt aber das Problem, in dem Moment, wenn ich als Nutzer zum Beispiel kein Grün wahrnehmen kann, dann wird das hier nicht wirklich deutlich. Noch krasser wird es, wenn ich gar keine Farben wahrnehmen kann und das für mich nur Grauabstufungen sind. Generell können wir als UX-Designer oder auch als Entwickler festhalten, wenn wir unsere UI funktionell korrekt gestaltbar machen, dass jemand, der gar keine Farben wahrnehmen kann, unsere UI trotzdem fehlerfrei und ohne Probleme bedienen könnte, haben wir damit auch die Probleme, die hier oben, also kein Rot, kein Grün, kein Blau, quasi damit auch erschlagen und wir können so unsere UI verbessern. Deswegen lasse ich für das weitere Video das Ganze hier jetzt auf NoColor. In dem Moment haben wir, wie gesagt, hier oben unseren Max und wenn ich das hier rauslösche, sehen wir, zwischen unserem Error-State und unserem Valid-State ist eigentlich kein Unterschied. Wir können jetzt allerdings hingehen und zum Beispiel hier innerhalb unseres Formularfeldes jetzt zwei weitere Absätze hinzufügen. Nämlich einmal ein Paragraph mit FormError, FormValid, wo wir sagen, das Ganze ist korrekt oder es ist nicht korrekt, mit der RoleAlet, wobei hier unten muss das Ganze raus. In dem Moment speichere ich das Ganze jetzt ab und wir sehen, wir haben jetzt hier zwei Begriffe. Wenn ihr ein Frontend-Framework wie Angular, React, Vue, Svelte oder so etwas benutzt, könntet ihr beispielsweise diese Paragraphen ein- oder ausblenden lassen mit einer jeweiligen Direktive oder irgendeiner anderen Methode, abhängig vom jeweiligen Framework, wo ihr einen Text einzeigen oder ausblenden könntet. Wenn ihr Plain, HTML und CSS nutzt, wie ich gerade, können wir das Ganze auch komplett hierüber lösen. Das bedeutet als erstes, style ich mich hier unten mal unseren FormError und sage aber gleichzeitig, der ist standardmäßig Opacity 0. Wenn ich das Abspeicher, verschwindet der aus unserer UI. Das nächste ist, ich definiere mir einen Selektor, nämlich wenn unser Input-Feld Invalid ist, dann wollen wir den nächsten FormError, den wir haben, wollen wir in dem Moment Opacity 1 setzen, speichere ich mir ab. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier etwas reinschreibe und das Ganze valid wird, dann ist unser Text nicht mehr zu sehen. Dasselbe mache ich jetzt noch einmal für unseren Valid-Part, wo ich sage, wenn unser Input-Feld valid ist, möchte ich es anzeigen, speichere das ab und habe jetzt die Möglichkeit zwischen unserem Feedback zu wechseln, ohne dass ich irgendetwas anderes einstellen muss. Das bedeutet, jemand kann jetzt unser Formularfeld benutzen und kann jetzt hier zum Beispiel wissen, wenn ich das eingebe, dass es muss ein Vorname eingetragen werden. Man sieht also einmal Text-Feedback, man sieht ein Icon-Feedback und natürlich auch, dass das ganze Formular eventuell nicht abschickbar ist, also dass ein Button ausgekraut und auch hier eine Fehlermeldung generiert wird. Dasselbe ist aber, wenn ich etwas eingebe, sehe ich, dass es korrekt ist. Natürlich muss das nicht so hier stehen, das kann auch so ein kleines Häkchen hier drin sein. Ihr könnt hier sehr kreativ werden, was UI, UX angeht, aber versucht eure UI mal zu benutzen. In dem Moment, wenn keine Farben mehr im Spiel sind, funktioniert es noch oder nicht mehr. Damit seid ihr ready für den ersten Part der Barrierefreiheit, nämlich was es mit Nutzern die schlecht sehen können. Schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr von diesem Format haltet oder auch, ob wir mal komplexere Beispiele betrachten wollen. Auch was ihr ansonsten zur Barrierefreiheit wissen möchtet, alles mal in die Kommentare ansonsten. Bis nächste Woche, bis dahin, viel Spaß und tschüss.